Ich war heute gerade gebeten, dass ich hier online ein Video mache, wie ich mich fühle. Ich muss euch ehrlich sagen, ich fühle gar nichts. Weder Arme, noch Beine, noch Körper, noch Kopf. Ich hoffe, dass das, was ich sage, eine Sprache ist. Ich kann nicht mehr. Ich fühle einfach nur aus.